Hallo, ja, vielleicht kennt ihr meine Playlist zu die Juden von Gotthold Ifraim Lessing. Ich finde das Thema zurzeit recht aktuell und ich würde eventuell demnächst die Liste gerne weiterführen und dann den zehnten Auftritt aufnehmen. Die ganz große Schwierigkeit darin besteht, dass man mit der Stimme arbeiten muss. Das habe ich so angefangen und wenn ich es fortsetzen würde, hätte ich auch vor, das so fortzusetzen. Okay, ja, was wollte ich sonst noch sagen? Ach ja, allerdings steht in den Sternen, wann mir das gelingt und darum möchte ich kurz und darum hier jetzt eine kleine Spoilerwarnung. Ich möchte ganz kurz aufzeigen, worum es in dem Stück eigentlich geht. Also einer wird ausgeraubt und es eilt ihn ein Ehrenmann zur Hilfe, indem er die Räuber vertreibt. Und ja, der Ausgeraubte ist total dankbar für seine Rettung und dadurch wird der Ehrenmann aufgenommen und ist deren Gast. Ja, und was jetzt aber der, ich weiß gar nicht, ob der Leser das von Anfang an weiß. Was jetzt aber das Besondere ist, es herrscht halt ein ganz schlimmer Antisemitismus in diesem Land, in diesem Gebiet und darum haben sich die Räuber, die keine Juden sind, dazu entschlossen, sich als Juden zu verkleiden, damit sie getarnt sind und der Ehrenmann ist ein Jude. Und jetzt möchte, jetzt versucht der Ehrenmann die ganze Zeit zu verschweigen, wer er ist und macht da so ein Geplänkel drum, möchte das auf gar keinen Fall preisgeben, weil er irgendwie so befürchtet, ja, dass dann der Antisemitismus dafür sorgt, dass er irgendwie, ja, dass die Beziehung zwischen den beiden darunter leidet. Er weiß nicht genau, wie sein Gegenüber reagieren würde darauf. Und dann sind die beiden im Grunde die besten Freunde die ganze Zeit und irgendwann am Ende klärt es sich auf und es klärt sich auch noch auf, dass die eigenen Bediensteten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von dem Ausgeraubten sich als Juden verkleidet haben und ihn versucht haben auszurauben. Und ja, das Ganze, der ganze Plan ist im Grunde dadurch entstanden oder war dadurch möglich, dass dieser Mann so stark antisemitistisch war. Und ja, dadurch war das halt eine gute Idee, sich so zu tarnen. Aber dadurch, dass diese Bärte, die sie sich da angeklebt haben, aufbewahrt wurden, hat sich das Ganze dann aufgelöst. Und ja, was dann noch nebenbei läuft, sind zwei kleinere Liebesgeschichten, um so den Leser bei der Stange zu halten. Also die Tochter von dem Ausgeraubten verliebt sich in den Ehrenmann und umgekehrt. Und ja, natürlich gibt nachher der Ausgeraubte sein Okay zu der Hochzeit, weil dass er dann Jude ist und so ist ganz egal. Das ist ja auch im Grunde genommen sozusagen, ja, die ganze Message von dem Ganzen, dass er ein, dass ein so ehrenwerter Mann auch Jude sein kann. Dass das möglich ist und dass nicht automatisch alle Juden schlecht sind. Und die Ironie halt, die, die nicht Juden sind, haben sich als Juden verkleidet und sind die Bösen. Und ja, das ist die eine Liebesgeschichte, die sich da entwickelt. Und die andere Liebesgeschichte ist zwischen dem Knecht des Reisenden, also des Judens und, ich weiß gar nicht, Lisette. Lisette, ich glaube, das ist so ein Hausmädchen von dem Ausgeraubten. Zwischen den beiden entwickelt sich auch noch so eine kleine Liebesgeschichte. Ja, und das war's. Und ja, damit habe ich im Grunde genommen alle Themen abgehandelt. Durch den echt total tollen Erzählstil von Lessing macht es dann total Spaß, das durchzulesen oder sich anzuhören. Und ja, hört es euch am besten selber an. Die ersten neun Auftritte sind ja schon hochgeladen. Ansonsten kann man das auch ganz leicht online finden, den Text. Es gibt da so ein Projekt Gutenberg, was ich sehr schätze, weil da immer so alte Geschichten kostenfrei zur Verfügung gestellt wurden. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich werde mal schauen, ob ich das irgendwie zeitlich hinkriege, diese Reihe einfach fortzuführen. Ich denke, heute, wo es so viel Diskussion um Pegida geht und um Flüchtlinge und wo, ja, da fühlt man sich ein bisschen dazu verpflichtet, diesen aufklärerischen Geist, ja, vorzutragen, wieder auf, ja, einfach diesen ganzen Hass irgendetwas entgegenzusetzen und Stellung zu beziehen. Bis zum nächsten Mal, euer Netzkeiser.